Moin oder sollten wir lieber sagen Bonjour von der Côte d'Azur. Es ist Mittwoch, der 6. September und damit Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimac.de. Ja, oder sollten wir lieber sagen höchste Zeit, denn normalerweise kommen wir natürlich am Dienstag, aber ja, es ist Rennwoche bei der Ironman WM und das bedeutet, es ist so viel los, dass es gestern einfach nicht gereicht hat. Deswegen heute am Start. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt Simon Müller, mein Kollege und das Gewissen für unsere Zahlen, wenn es um Triathlon geht. Hi Simon. Hallo Nils. Ja, freue mich hier zu sein und wir blicken, also ich gerade ein bisschen mehr als du, wenn ich durch den Vorhang hier links raus schiele, schon auf die Laufstrecke der WM am Sonntag. Für die Schwimmstrecke sind wir ein bisschen zu weit hinten, aber ja, schönes Meer, strahlende Sonne, hohe Temperaturen. Wir blicken voraus auf das, was uns erwartet. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich der Podcast in der Rennwoche, ist natürlich immer prädestiniert dafür, dass wir uns schon mal die Köpfe heiß reden. Das machen wir natürlich auch noch weiter und das machen wir ganz viel, das machen wir heute, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal einmal Werbung. Die heutige Episode wird uns nämlich präsentiert von InSilence. InSilence, das wird den meisten Hörern mittlerweile ein Begriff sein, denn der Sockenspezialist aus Hamburg, der ist seit gut fünf Jahren ein fester Teil der Triathlon-Szene. Bekannt geworden ist InSilence durch seine bunten, coolen Socken, die nicht natürlich nur gut aussehen, sondern auch in Sachen Qualität und Funktionalität punkten können. Dass diese Socken, die in Italien und Portugal produziert werden, höchsten Anforderungen gewachsen sind, das wissen wir allerspätestens, seitdem Gustav Iden in den Socken von InSilence den Ironman auf Hawaii im vergangenen Jahr mit Streckenrekord gewonnen hat. Apropos Ironman-Weltmeisterschaft, zur Feier der Race Week hat InSilence ein Goodie für dich, nämlich mit dem Code Laktat sparst du bis zum 20. September 15% auf das gesamte Sortiment. Das umfasst neben einer riesigen Auswahl an Socken auch Caps, Headbands, T-Shirts und vieles mehr. Sichere dir mit dem Code Laktat 15% und setze auf die Styles der Triathlon-Stars wie der Norweger Christian Blumenfeld und Gustav Iden, aber auch Laura Philipp, Sebastian Kiele und vielen weiteren. Alle Infos zu diesem Angebot findest du in den Shownotes. Ja Simon, Rennwoche in Nizza, nicht in Hawaii, sondern an der Côte d'Azur. Es ist aufregend, es ist anders und wir wollen uns darüber ein bisschen unterhalten, was wir so erwarten noch vom Rest der Woche. Denn das ist ja bei Rennwochen immer so, das steigert sich ja quasi von so langsam geht's los bis jetzt wird's wild und alle können den Renntag kaum erwarten. Aber wie ist dein erster Eindruck? Erstmal bin ich mich ganz persönlich total gefreut, hier wieder herzukommen. Ich bin 2019 hier bei der Ironman 73 WM gestartet, eines meiner eigenen persönlichen sportlichen Highlights. Und ja, wir kommen sicherlich gleich auch noch dazu, dass wir die Radstrecke gestern abgefahren sind. Habe ich natürlich viele Teile auch wieder erkannt, wo ich mich dann aus dem Auto raus selber habe runterfahren sehen und draufklettern sehen. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich muss sagen, so auch rückblickend über die Jahre mit meinem absoluten All-Time-Favorite, dem Ironman 73 Rügen, auch der schönste Wettkampf, den ich je gemacht habe. Also die Kulisse hier ist wirklich traumhaft. Das Schwimmen, so malerisch wie man es eigentlich, wobei Hawaii mit Sonnenaufgang morgens ist, echt schwer zu toppen. Aber würde ich sagen, hier steht dem nicht viel nach. Und die Radstrecke wird ja auch seit vielen, vielen Jahren von Ironman selbst beworben als eine der schönsten Strecken, die man im Triathlon-Zirkus insgesamt so findet. Von daher habe ich mich da sehr gefreut, wieder hier zu sein nach vier Jahren. Und ja, ich bin sehr gespannt, dann diesmal über die doppelte Distanz, wie sich da vielleicht auch so ein kleiner Kreis schließt. Weil ja, die Zeichen stehen ja, wenn man in die Triathlon-Geschichte guckt, so ein bisschen so, dass 2019 hier was losgetreten wurde an Ort und Stelle, was dann den Lauf genommen hat. Drei Jahre die Entwicklung bestimmt hat, neue Maßstäbe gesetzt hat, nämlich der 73 WM-Sieg von Gustav Iden, den viele damals haben nicht kommen sehen. Und fast, glaube ich, niemand das, was in den drei Jahren folgte. Und jetzt stehen die Zeichen so, dass hier der Größte seiner Art, so wie wir ihn kennen jedenfalls, Jan Frodeno, seine Karriere beendet. Und ja, da gibt es natürlich reichlich Gesprächsstoff und eine sehr, sehr besondere Konstellation, dass man jetzt in dem Kontext darüber redet. Auf jeden Fall. Zu Jan Frodeno kommen wir natürlich noch. Aber ja, so der erste Eindruck, für mich ganz persönlich, ich finde, es ist so eine Mischung aus irgendwie so, ja, das kennt man von der WM und das ist irgendwie komplett neu. Ja, das kennt man, würde ich sagen. Man sieht natürlich jetzt überall die Athleten, man sieht sie schon die Strecken ausprobieren und so weiter. Was aber natürlich auch ist im Vergleich zu Hawaii, haben wir natürlich das alles auf sehr, sehr engem Raum. Und hier ist es dann doch schon ein bisschen weitläufiger und es leben einfach deutlich mehr Menschen hier. Das heißt, es gibt hier auch ganz viele, die noch nichts damit zu tun haben. Aber das bietet natürlich, und da werden wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir über das Laufen reden, auch Potenzial, dass hier natürlich richtig Halligalli sein kann an der Strecke. Ja, also der große Unterschied bei den Strecken an sich ist ja auch schon, dass die Laufstrecke auf Hawaii dafür bekannt ist und ich habe es ja letztes Jahr auch selber durchlitten, dass man auf dem Highway irgendwann wirklich getrennt von Zuschauermassen alleine für sich selber ist und gar nicht weiß, wenn man gerade ausblickt, wann es mal wieder links und rechts irgendwo reingeht. Und hier wirst du halt auf vier Laufrunden eine ähnliche Stimmung haben, wie sie jedes Jahr sowieso hier ist, wie sie bei der 73 WM hier schon war. Wirklich Spalier von Leuten, zweite, dritte Reihe an den Hotspots und dann, wenn die ganze Zeit nur alle fünf Kilometer einmal gedreht wird auf dem Kurs, du angeschrien und angefeuert wirst permanent. Das wird für die, die sonst immer auf Hawaii gestartet sind, eine ganz schöne Umstellung, glaube ich. Lass uns einfach die Disziplinen von vorne nach hinten durchgehen. Schwimmen können wir aus eigener Erfahrung noch nicht sagen, wir waren noch nicht selbst im Wasser. Wir haben die Leute nur beobachtet, aber man muss tatsächlich sagen, im Moment ist der Strand einfach noch von Strandvolk bevölkert. Also der ist natürlich auch hier alles viel, viel größer, viel, viel breiter, das ist einfach noch normales Strandleben. Das wird sich natürlich die Tage zuspitzen, aber ja, ansonsten ist das Schwimmen auch ja gar nicht unbedingt so vom Sportlichen. Das ist eine eigene Baustelle, aber so von den Anforderungen her nicht besonders und speziell. Es ist von der Temperatur her relativ warm, also die Profis können sich eigentlich schon mal ziemlich sicher darauf einstellen, dass sie ohne Neopren schwimmen werden. Und die Wellen sind vorhanden, also wer denkt, das ist hier Ententeich, das kann natürlich so kommen. Aber diese Tage, also gestern, heute sehen wir dann doch schon die eine oder andere Welle dann hier an den Strand schwappen. Aber ich glaube insgesamt, ich meine, du bist den Kurs geschwommen, er muss dann halt länger geschwommen werden. Nichts wirklich Besonderes, oder? Nee, also ich glaube auch, dass das die Disziplin ist, die am ehesten an, jetzt quasi auch von sportlicher Wertigkeit, Hawaii-Bedingungen rankommt. Einfach schwimmen wird ohne Neoprenanzug sein. Es ist Salzwasser, es kann ein bisschen wellig sein, nicht extrem, aber schon so, dass man sich damit auseinandersetzen muss und man es merken wird während des Schwimms. Von daher, da sind Voraussetzungen, wie man sie sonst auch kennt und wahrscheinlich deswegen auch Konstellationen nach dem Schwimmen, wie sie jetzt nicht überraschen werden. Einfach, weil das das widerspiegeln wird, was man sonst auch von Hawaii vielleicht aus den Vorjahren mit den entsprechenden Protagonisten und auch von anderen Rennen kennt. Da gibt es jetzt, glaube ich, keine besonderen Ausreißer. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was man jetzt so, wenn man mit den Profis spricht und was man hört, nachdem sie sich jetzt auch hier die ersten Eindrücke gemacht haben. Viele sind ja auch schon länger da, viele waren das ganze Jahr über, haben Camps hier gemacht, immer mal wieder haben sich die Sachen angeguckt. Und eigentlich ist das Schwimmen, wird letztendlich von vielen einfach dafür, ist für sie halt interessant, wo bin ich, wenn hier der Affentanz losgeht. Und natürlich ist da die Rede von der Radstrecke, vom Radfahren. Es ist schon viel darüber gesprochen worden, aber ich glaube, man kann auch gar nicht genug darüber sprechen, denn wir waren da gestern unterwegs, wir haben Eindrücke gesammelt, sind die Strecke mit dem Auto abgefahren und es waren eindrückliche Erlebnisse. Ja, es ist wirklich kompletter Wahnsinn. Ich kannte große Teile der Radstrecke, andere dementsprechend einfach nicht, weil die Runde hier größer ist als bei der 70-3-Strecke, die es ja auch immer noch gibt. Der lange Anstieg ist auch ein anderer, die Abfahrt am Ende ist die gleiche, aber man muss auch im Endeffekt sagen, weil wir eben auch über das Schwimmen gesprochen haben, es gibt keine andere Ironman-Strecke, wo es für das Gesamtergebnis im Endeffekt so irrelevant sein wird, wenn man beim Schwimmen Zeit verliert. Ist natürlich nie ideal, aber es gibt ja einfach Athleten, die landen im Gesamtranking traditionell relativ weit vorne und da weiß man einfach, da geht es nicht um Tagesformen, sondern die haben einfach das Schwimmen-Niveau nicht. Ich denke da an Joe Skipper, letztes Jahr an so jemanden wie Leon Chevalier, der Siebter geworden ist, von dem man auch ausgehen kann, dass der jetzt nicht ganz vorne mit aus dem Wasser kommt. Und die können natürlich hier ihre Karten mit einer Rad-Lauf-Kombination ganz anders ausspielen als auf Hawaii. Also man hat letztes Jahr am besten Beispiel gesehen, wenn du da nicht in der Spitzengruppe bist, dann kannst du das eigentlich nicht mehr gewinnen. Dann kannst du vielleicht mit ganz, ganz viel Glück und der Renndynamik noch Dritter werden oder vielleicht Top 5, so wie es ein Joe Skipper letztes Jahr gerade noch geschafft hat. Aber selbst das wäre dann ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und da muss man hier sagen, drei bis vier Minuten Rückstand beim Schwimmen, wenn du richtig gut Rad fahren kannst und wenn du auch danach in der Lage bist, noch den soliden Marathon zu laufen, den es brauchen wird, dann ist das ganz schnell weg. Dann kannst du das auf dem ersten Anstieg quasi schon komplett zufahren. Genau. Vielleicht nochmal für alle, die das Profil nicht ganz vor Augen haben. Also es ist so, raus aus dem Wasser, dann über die Promenade des Anglais, also das Stück, was später dann auch Laufstrecke sein wird, raus, weg von der Promenade und dann kommt was zum Einstieg. Wir reden hier immer, oder es wird sehr, sehr viel von einem langen Anstieg geredet, der danach noch kommt, der die Profis auch lange beschäftigen wird. Zeiten von 50 Minuten, die da verbracht werden, möglicherweise sind im Gespräch. Sprich, das geht richtig lange, bergauf. Aber das, was da vorkommt, gehen wir nochmal ein Stück zurück, das wird vielleicht so ein bisschen unterschätzt. Auch von mir, also jetzt bisher auf dem Papier gesehen habe, habe ich das eher so als, ja, als Aufgalopp letztendlich irgendwie wahrgenommen und so. Aber wir sind gestern, wie gesagt, mit dem Auto die Strecke abgefahren und da ist mir tatsächlich zum ersten Mal der Mund offen geblieben. Du hast gesagt, gleich kommt die Stelle, gleich kommt die Stelle, die so übel steil war. Und da habe ich gesagt, naja, aber übel steil, was soll das sein? Irgendwie so. Und dann sind wir eingebogen und dann, ja, musste ich meine Meinung spontan ändern. Ja, ich wurde ja damals vorgewarnt und habe mir dann noch ein Pizzablech montiert am Fahrrad und bin mit einem 32er gefahren, weil ich mir die Anstiege und auch die Prozente dann vorher gut angeguckt habe und lieber auf Nummer sicher gehen wollte. Aber die giftigen Steigungen haben wir dann tatsächlich auch nicht kommen sehen, weil die so im Streckenprofil auch nicht ausgeschildert waren. Und ja, also da reden wir einfach, bevor es ein bisschen länger hochgezogen wird, von zwei Anstiegen, die im Endeffekt, glaube ich, ein paar hundert Meter gehen. Also lass es 600, 700, 800 Meter sein, aber die sind halt richtig, richtig steil. Und das ist natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt im Rennen, wo es noch keinerlei Vorentscheidungen geben kann, wo auch wahrscheinlich alle noch genug Kraft haben, um da in einem Tempo, was vielleicht vorne angeschlagen wird, erstmal zu folgen. Die Frage ist dann halt wirklich nur, mit welchen Folgen. Das war bei der 703-WM genau das Gleiche. Also die Anfahrt nach Vence ist die gleiche. Und was du eben meintest, diese fünf Kilometer flach fährt man raus, dann fährt man über den Kreisverkehr erstmal geradeaus, das sind nochmal drei Kilometer und dann geht es links ab. Und quasi ist dann bei Kilometer acht geht es dann los, wo sich das ein Stück weit hochzieht und wo die richtig harten Rampen kommen. Und es wird halt total interessant, was dann vorne passiert. Also da steht man ja eigentlich vor der Entscheidung, lasse ich bestimmte Leute da schon ziehen oder gehe ich das Risiko ein, weil es wird keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Jeder, der vorne mitfahren kann oder fast jeder, wird in der Lage sein, das Tempo zu halten. Und dann reden wir halt über die allseits bekannten letzten 60 Kilometer nach Kilometer 120 auf dem Rad, wo man dann merkt, welche Körner man hat liegen lassen. Und dafür wird es halt, glaube ich, interessant, wer sich wie entscheidet. Vielleicht einigen sich auch alle darauf, mit dem Respekt vor der Radstrecke da gar nicht irgendwie zu attackieren und da erstmal ganz konstant zusammen hochzufahren und sich das für den ersten Anstieg aufzusparen. Aber auf die Dynamik bin ich schon sehr gespannt, weil wenn jemand echt attackieren will, dann findet man da quasi nach einer Viertelstunde auf dem Rad die perfekte Möglichkeit, um zu versuchen wegzufahren. Definitiv. Da kann man komplett durchdrehen und dann muss man sich genau die Rückennummer merken. Wer ist das, der da jetzt gerade vorne das Tempo angeht und kann ich es mir leisten, den halt mehrere Minuten hier schon wegfahren zu lassen? Im Wissen, da kommt noch ein Anstieg, der ewig lang ist, wo möglicherweise dann eben das nicht kleiner wird. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich, wie du es gesagt hast, du kannst da vorne auch schon das zu einem echten Himmelfahrtskommando machen. Also total spannender Faktor in der Renndynamik ist natürlich auch, wie die Konstellation nach dem Schwimmen sein wird in Bezug auf den Umfang der Gruppe. Weil stell dir einfach mal vor, es kommen 15 Leute zusammen aus dem Wasser und starke Radfahrer sind dann meinetwegen an Positionen 8 oder 12, bei besagten Kilometer 8 oder 10, wenn es da losgeht. Wenn da vorne sich jemand entscheidet, ein bisschen mehr draufzudrücken, kannst du einfach an diesen Anstiegen nicht sieben Leute auf einmal überholen und die Lücke zufahren und der Attacke folgen. Da kommst du nicht vorbei. Also das kriegst du allein gar nicht hin. Das heißt, wenn du da irgendwie ahnst, dass jemand das versuchen wird oder du willst da versuchen, irgendwie vorne rauszufahren, dann musst du es eigentlich hinkriegen auf der flachen Passage, dich so zu positionieren, dass du höchstens auf Platz 5 bist. Weil dahinter kannst du, also agieren sowieso nicht, aber da kannst du auch nicht mehr reagieren. Also wenn du an Position 12 fährst und der 1. oder der 2. drücken vorne drauf, fährst du nicht an allen vorbei. Das ist an den Stellen völlig unmöglich. Und dann kommt eben dieser von uns angesprochene lange Anstieg und da sind wir halt gestern hochgefahren und haben ja oft gesagt einfach nur wow oder auch nice, haben das ein oder andere schlechte Nizza-Wortspiel noch mit untergebracht, weil das natürlich wirklich eine Szenerie ist. Du bist dann auf einmal wirklich mitten in den Bergen, bist ganz nah dran am Meer, aber davon ist dann natürlich nichts mehr zu sehen und du bist auf einmal in einem richtig krassen Anstieg, der dich ganz, ganz, ganz lange beschäftigt. Wunderschön, also man kann es nicht anders sagen. Der Asphalt ist gemischt, würde ich sagen, teilweise echt okay, teilweise gibt es schon ein bisschen ruppelig, aber auch nicht richtig katastrophal. Es ist halt so eine Mischung. Und ja, da geht es richtig, richtig lange bergauf. Wir haben gestern gedacht, wir würden den ein oder anderen Age-Rouper mehr sehen. Wir haben ein paar tatsächlich gesehen, aber die meisten waren dann tatsächlich so richtige Bergziegen, also Rennradfahrer, die sich es eingeschenkt haben. Ich weiß nicht, ich habe nicht viele Triathlon-Räder gesehen gestern. Nee, es ist auch die Frage, wer traut sich das jetzt so kurz vorm Rennen noch zu. Also wenn man überhaupt sich Teile anguckt, macht es natürlich total Sinn, sich den langen Anstieg anzugucken und für den Großteil der Leute und gerade der Age-Group auf jeden Fall die Abfahrt, weil einfach vom Gefahrenpotenzial, aber auch aus Performance-Gründen, da kannst du so viel Zeit liegen lassen, da kannst du so viel Zeit gut machen und da die eine oder andere Kurve zu kennen und auch zu wissen, wann geht es wirklich steil für mehrere Kilometer runter und wann nur so ein bisschen, wann fährt man in Dörfer rein, wo so Speedbumps kommen, wo muss man wirklich abrupt abbremsen. Das ist echt wichtig zu wissen, weil ich habe es ja 2019 auch erlebt, wenn da die Menschenmassen unterwegs sind und gerade mit dem Versatz der Altersklassen, die starten, man in Situationen kommt, wo man mit viel Geschwindigkeitsüberschuss links überholen muss und Leute ausweichen, irgendwer vor dir auch zum Überholen ansetzt. Das wird dann relativ brenzlig und da musst du natürlich echt versuchen, Herr der Lage zu bleiben. Und das gelingt dir deutlich besser, wenn du den Kurs schon mal gesehen hast und natürlich noch mehr, wenn du ihn schon mal gefahren bist. Ja und das haben natürlich die Topstars natürlich alle gemacht und auch schon frühzeitig gemacht, teilweise mehrfach, teilweise sind sie schon länger hier, gucken sich das immer wieder an und das ist natürlich auch eine andere Welt für die Pros als für die Agegrouper und das ist aber trotzdem bei allen hier, so habe ich das rausgehört bisher, einfach das bestimmende Thema. Die Frage ist halt wirklich, bleiben wir mal bei den Profis, die haben nach diesem ewig langen Anstieg oben dann ja eine mehr oder weniger lange Strecke, in denen es auch wirklich auf Aerofähigkeiten ankommt, da geht es immer mal wieder leicht bergab, mal wieder hoch, aber nicht wirklich, das kann man nicht wirklich als Anstieg bezeichnen, aber das ist halt relevant. Dann gibt es ein Out-and-Back-Stück, das ist so ein bisschen der Punkt, das haben sie halt drangehängt, damit die Radstrecke lang genug ist und da wird man dann, wenn man nicht genug Leute oben sowieso platziert hat, die einem Abstände zurufen können, da wird man mal so ein Gefühl dafür kriegen, was sich so getan hat und wer vorne Gas gegeben hat und dann hast du es angesprochen, dann folgt eben diese Abfahrt, die, ja, es wird einige geben, die sich darauf freuen, weil sie sehr gute Abfahrer sind, es wird einige geben, die sagen, Rudi von Berg, ich muss da dranbleiben, wer dafür gemacht ist, da kommen wir noch zu, ruhig, Simon. Es wird einige geben, die sagen, ja, das gehört dazu und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es einige geben wird, die sagen, uiuiui, hoffentlich geht das gut. Ja, und es ist natürlich immer die Frage, mit welchen Zielen gehst du da rein, ne? Also, wenn es wirklich das Mindset ist, es wird auf jede Sekunde ankommen oder ich muss hier und da auf Biegen und Brechen dranbleiben, musst du einfach ein anderes Risiko gehen als jemand, der sagt, ja, also, das ist jetzt sowieso nicht meine Gruppe oder ich bin gerade eh für mich alleine, ob ich das jetzt, ob ich, also, die Rennkonstellation bestimmt ja auch darüber, inwieweit du in diese Abfahrt reingehst, ausgehend davon, welche Informationen du vorher hast. Also, die Leute, die wissen, sie sind 15 Minuten zurück, die werden wahrscheinlich auch währenddessen nicht versuchen, alles rauszuholen, aber interessant wird eben ganz vorne sein, wer ist noch zusammen, ist überhaupt noch irgendjemand zusammen, kann man das im Endeffekt sogar nutzen, wenn man jemanden vor sich hat, der abfährt, das ist ja durchaus leichter, gerade wenn man jemanden hat, der total weiß, wo es lang geht und, ja, das könnte auf jeden Fall interessante Konstellationen ergeben und eben gerade schon meine Anspielungen auf Leute wie Rudi von Berg, wo man ja gesehen hat, genau auf diesem Kurs, genau in dieser Abfahrt 2019, sich ja da seinen dritten Platz erarbeitet hat bei der 70-3-WM hier, nur durch Streckenkenntnisse und Abfahrfähigkeiten. Der wäre am Ende nicht schnell genug gelaufen, um sonst in die Top 5 oder sogar Top 8 zu kommen, der ist halt bei der 3er-4er-Gruppe mitgekommen, dadurch, dass er sich auf dem Rad vorne abgesetzt hat und genau die Abfahrt für sich nutzen konnte. Und da gibt es ja so ein paar Franzosen und Spezialisten hier, Rudi von Berg ist ja hier groß geworden, kennt deswegen jede Straße wie seine Westentasche. Wenn du diesen Wettkampf schon mal gemacht hast, also auch das unter Rennbedingungen kennst, in der Wettkampfgeschwindigkeit, was ja echt nochmal was anderes ist, als beim Training so ein bisschen zu gucken oder die Strecke mit dem Auto abzufahren, das wird einigen Leuten, glaube ich, wirklich einen Vorteil verschaffen. Auf jeden Fall, ich würde fast sogar sagen, wenn du das nicht hast, also wenn du diese Streckenkenntnis nicht hast, dann hast du schlechte Karten, weil da kommen dann tatsächlich, wir reden hier fast von 30 Kilometer Abfahrt und das hat gedauert. Und ich kann euch sagen, also mit dem Auto ist das nicht zu empfehlen, wenn man hinten drin sitzt, für den Fahrer geht es noch einigermaßen, für alle anderen Insassen auf keinen Fall aufs Handy gucken, keine Notizen machen. Also um es klar zu sagen, es wird einem kotzübel, weil es geht einfach um die Kurven, es geht um Serpentinen, es geht also wirklich steile Kurven, die gefahren werden müssen. Es geht einfach rechts, links, rechts, links. Es ist wild. Es ist wirklich, es ist wirklich wild. Es ist wunderschön und wie gesagt, für Leute, die das gerne machen, die gerne abfahren, ist das ein Traum. Aber wie gesagt, Rennrad nicht unterm Hintern, sondern Triathlon-Maschine, das wird für viele ein Faktor sein. Man muss hier sein Rad beherrschen können oder man muss sich selbst beherrschen können. Am besten beides, weil wer da zu viel Risiko geht, der, also das muss man ganz ehrlich so sagen, ich will nicht sagen, das ist ein gefährlicher Kurs. Auf keinen Fall. Es ist, es ist das, was es ist. Es ist ein Kurs mit Abfahrten und das muss man beherrschen, wenn man hier an den Start geht. Davon darf man sich nicht überraschen lassen. Ja, das auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eindrucksvoll gesehen, dass man mit dem Auto nicht den Hauch einer Chance hat gegen Radfahrer. Nicht nur gegen die, die abfahren können, sondern einfach, wenn du mit dem Fahrrad da runter fährst, dann bist du deutlich schneller unterwegs als mit dem Auto. Und das, ja, es ist halt insgesamt ein anspruchsvoller Kurs und deswegen, was wir eben gerade schon gesagt haben, es ist eben auch die Frage, wie man ihn fährt. Das ist für die Profis, stellt der Kurs sich deswegen natürlich ganz anders dar, als für die Agegrouper, die sagen können, ich gucke vielleicht mal links, ich gucke vielleicht mal rechts. Ich sauge das auch ein bisschen alles auf. Das Erlebnis, was es letztendlich ist, den malerischen Kurs, den du da einfach auch an einigen Stellen vielleicht ein bisschen genießen kannst. Und dann lässt du mal rollen und dann drückst du nicht drauf, weil viele Stücke der Abfahrt kannst du wirklich ausfahren. Also da werden die Profis große Teile treten. Die werden nicht nur lenken und mal laufen lassen. Und für viele andere ist das natürlich nicht relevant. Von daher fällt das Beherrschen natürlich auch deutlich leichter. Und die Kontrollierbarkeit ist total gegeben. Und bei den Profis spielt das natürlich die viel größere Rolle. Ja, und was eben noch dazu kommt, sind natürlich auch die Begebenheiten. Du hast es angesprochen, es sind Ortsdurchfahrten. Es sind unfassbar viele Verkehrsberuhigungen, also so Speedbumps, über die man drüber muss. Und die sind nicht so, dass man sagen kann, ich bleibe jetzt einfach drauf und überfahre die. Das geht auf keinen Fall. Das heißt, du musst dir auf jeden Fall was einfallen lassen. Du musst anlupfen im Prinzip. Wenn du da vorne nicht bremst, dann liegst du. Ja, und du kannst auch nicht rechts und links irgendwie dran vorbeifahren. Das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee. Da ist einfach viel zu wenig Platz. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, wo man sich immer Gedanken drüber machen muss, wie packe ich meine Verpflegung ans Rad. Also einfach nur so Flasche hinten dran und das wird schon halten. Das ist auf dem Kurs total wichtig. Also da werden, glaube ich, genau an diesen Stellen werden so viele Flaschen und Verpflegungen verloren werden im Endeffekt. Und genau deshalb ist es eigentlich auch wichtig, diese Passagen mal gesehen zu haben, damit du nicht darauf angewiesen bist, eine Kurzschlusshandlung vollziehen zu müssen, weil dich das überrascht, weil irgendwie da kommt ein Speedbar und da kommt der Nächste schon und du fährst an und du weißt nicht so richtig und dann machst du irgendwas und du bist nicht darauf vorbereitet. Ja, es ist halt insgesamt ein Radkurs, wo man das vorher wissen sollte. Ja, und er unterscheidet sich halt komplett von Hawaii und das eben nicht nur durch die mehr Höhenmeter, die er hat. So, da kann man ja noch sagen, so, ja, Hawaii hat auch Höhenmeter, aber sie kommen halt einfach komplett anders zustande. Und das wird dann schon interessant. Nicht so interessant, würde ich mal sagen, ist so das Ausfaden, bis man wieder zur Promenade kommt. Ja. Die ist dann halt so ein paar Kilometer am Schluss noch. Die aber vielleicht fürs Rennen, das habe ich mir gestern gedacht, als wir da langgefahren sind, gar nicht so uninteressant sein können, weil das ist dann so, die Abfahrt ist geschafft, jetzt müssen wir nur noch in die Wechselzone. Und da finde ich, da kommt es dann so ein bisschen drauf an. Und da kann man nochmal, wenn man da in der Lage ist, richtig drauf zu treten, kann man vielleicht sich auch nochmal separieren. Ja, aber es ist zu kurz. Das sind zehn Kilometer. Also rechne die fünf Kilometer Splits hoch. Wenn die vorne eine 7-10 fahren, irgendwie einen 43er, 44er, 45er Schnitt in der Ebenen, dann, ja, nimm die, die dann weniger Kräfte haben, so ein bisschen sich schon aufs Laufen vorbereiten. Dann machst du auf fünf Kilometer vielleicht, wenn es echt hochkommt, 20 bis 25 Sekunden, gut, mal zwei. Dann sind das wirklich wohlwollend 50 Sekunden. Und im Gegensatz zu dem, was die 170 Kilometer vorher passiert, glaube ich, sind das für viele echt am Ende Peanuts. Also wenn es um Leute geht, die irgendwann in der zweiten Hälfte der Abfahrt vielleicht einen Anschluss verloren haben, nochmal ranzufahren, das wird dann total möglich sein. Also alles, was sich im Bereich von einer halben, guten halben Minute abspielt, geht dann, glaube ich, schon. Aber alles andere, dafür bist du zu schnell da dann, wenn das erstmal geschafft ist. Machen wir doch mal ein schönes Szenario nicht. Ich habe das doch so schön im Kopf. Es geht, jemand... Nichts ist unmöglich. Du kannst mir natürlich eines Besseren belehren. Wer auch immer separiert sich, geht auf die Laufstrecke und setzt sich einfach schon mal ein Stück ab, damit er nicht direkt mit seinem direkten Konkurrent unterwegs ist. Ja, wer weiß. Aber ja, damit sind wir im Prinzip beim Laufen. Wir sind wieder zurück hier an der Promenade. Und das können wir ganz gut beobachten von unserem Balkon. Da haben wir runtergeguckt, gestern schon Spaß draus gemacht. Da sind sie natürlich unterwegs. Da unterscheidet sich der Ali-Drive eben nicht von der Promenade des Anglais. Da wird natürlich noch mal getestet. Es wird rauf und runter gelaufen. Ich meine, wo sollte man hier auch sonst hinlaufen? Es gehen die Leute, die hier wohnen um die Ecke, die gucken sich das natürlich alle noch mal an. Und das machen wir natürlich auch. Und wir sind von oben... Es war schon ganz witzig. Wir haben da gestern schon beobachtet. Wir haben auch schon einige gesehen. Christian Blumenfeld ist auch gelaufen. Für was auch immer. Aber wir haben gesehen, er lässt auch das Intervallelaufen nicht sein. Nee, genau. Ja, wir haben da dem Sonnenuntergang entgegengeschaut von unserem dritten Stockwerk. Und dann haben wir aus der Ferne auch unseren, vielleicht auch euren Coach Björn Geßmann gesehen, der Fahrradbegleitung für Patrick Lange gemacht hat. Und auch einige andere. Heute Morgen auch beim Laufen kamen dann da vorbei. Christian Högenhau war da. Clément Mignon. Also ja, obwohl der Kurs jetzt keine große Vorbereitung und Streckenkenntnis benötigt. Nicht wirklich. Nutzen alle irgendwie noch mal die Gelegenheit, das auch hier wirklich zu machen. Nicht dafür noch mal rauszugehen oder auch bei weniger treiben. Oder ja, stützen sich alle mitten ins Getümmel und sind dann auf der Promenade unterwegs. Ja. Und sehr interessant, finde ich, im Vergleich zum Ali-Drive eben auf Hawaii, wo man schon wirklich ganz genau sehen kann, okay, das sind Locals, die drehen heute Morgen ihre Joggingrunde hier und das sind Triathleten. Fällt es hier einem, man kann auch Unterschiede, aber die sind feiner, weil hier sind natürlich auch von den Locals, die Sport machen, auch sehr, sehr viele schnelle Läufer unterwegs, wo wir aber gesagt haben, auf keinen Fall sind das Triathleten. Nein, der hat gar keine Triathlon-Attribute an sich. Genau. Nee, genau, schnelle Läufer, auch hier, die frühmorgens schon in der Walle gelaufen sind, wo man aber echt sich zumindest zutraut zu sagen, mit der Veranstaltung am Wochenende haben die wahrscheinlich nichts zu tun. Ja, aber hatten wir gestern dann auch lustiges Rätselraten vom Balkon, Profiathleten an Laufstilen schon aus der Entfernung zu erkennen. Also nee, das ist ja auch eine schöne Atmosphäre insgesamt, finde ich, hier. Und da bietet sich der Strand und die Promenade auch total an, das so auszunutzen. Und insgesamt würde ich sagen, ist es natürlich ein großer Unterschied zu Hawaii, aber den muss man ja auch gar nicht immer ziehen. Also wenn man diesen direkten Vergleich gar nicht hat, vielleicht zum ersten Mal hier ist, das auch gar nicht kennt, dann sagt man einfach, wow, ist das schön hier. Ja, definitiv. Direkt am Wasser zieht sich kilometerlang die Promenade. Wetter ist top, alle Möglichkeiten. Die Stimmung, die das Ganze versprüht, kommt auch auf. Nicht nur dann, wo später die Wechselzone sein wird, die Ziellinie, also dieses geballte Stück, die 500 bis 800 Meter ganz vorne, wo dann auch der Start sein wird, sondern das, was sich hinten rauszieht bis hinten zum Wendepunkt letztendlich, den es dann beim Marathon gibt. Ja, also du hast es gesagt, laufen am Meer, da geht nicht mehr. Und ja, was das dann eben für die Rennendynamik bedeutet, da kommen wir vielleicht gleich zu. Aber bevor wir uns dann darüber unterhalten, wer hier wem was zugute kommt und wer irgendwo ein Favorit sein könnte, das wollen wir natürlich diskutieren, machen wir noch einmal Werbung. Unser Werbepartner ist Pillar Performance. Worum geht es bei Pillar Performance? Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte aus dem Pillar Sortiment sollen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung helfen und Energie geben. Leistungssportler, dazu gehören zum Beispiel Jan Frodeno, über den wir noch sprechen werden, und auch der frischgebackene Vize-Weltmeister auf der 70-3-Distanz, Frederik Funk. Die setzen nämlich bei ihrer Regeneration auf das Triple-Magnesium von Pillar. Und hinter diesem Produkt steht der oft als Vater der HLV-Forschung bezeichnete Dr. Dan Plus. Und dieses Triple-Magnesium enthält eine besonders wirksame Dosis an Magnesiumglycinat. Das tut gut und, finde ich persönlich nicht ganz unwichtig, schmeckt dabei auch noch gut. Zum Beispiel in der Variante Ananas-Kokosnuss oder in der Beeren-Ausführung. Das Triple-Magnesium einfach in den Shaker geben und dann jeden Abend vor dem Schlafen gehen als Schlummertrunk runter damit. Wenn ihr Pillar-Produkte ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAK mit großem T und großem M, geschrieben in einem Wort, für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, Simon, und jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir ja schon seit vielen Monaten uns angenähert haben, das immer weiter eingekreist haben und das auch in den nächsten Tagen natürlich noch tun werden. Denn der Podcast ist natürlich nicht das Einzige, was wir machen. Wir machen Shows hier, Nizza Daily, von unserem Balkon und da kümmern wir uns natürlich auch nochmal um die Strecken. Wir zeigen Bilder übrigens auch. Wir haben jetzt viel umschrieben von der Radstrecke. Da kann man sich das nochmal angucken, wie das im Original aussieht. Da haben wir die Kamera mitlaufen lassen und wir werden natürlich auch am Ende der Woche dann unsere finalen Predictions abgeben. Aber lass uns doch einfach schon mal diskutieren. Ich höre ja auch immer gerne anderen dabei zu, weil man ist ja auch manchmal so ein bisschen, Gefühl ist ja die eine Sache, Zahlen sind die andere Sache. Wenn man beides so zusammenbringt, kriegt man manchmal einen guten Tipp hin und manchmal ist er komplett für einen Morse, da kann man dann auch nichts mehr machen. Aber ja, wer sind so die Leute, auf die man gucken muss? Wir können ja gleich einfach mal ein paar Namen diskutieren, aber ich würde einfach gerne mit einem anfangen, der, finde ich, jetzt kann man, wenn man von Schlau ist und vom Rathaus kommt, sagen, wenig überraschend, es geht um Jan Frodeno, dabei ist, wenn man um die Favoritenrolle redet. Aber was ich fast schon verrückt finde, ist, dass der, ja, von vielen, über viele Jahre als der beste Triathlet bezeichnete Athlet fast schon weg war aus der Diskussion. Als es dann hieß, Nizza, na, da hat er ja schon 2019 abgesagt, weil er gesagt hat, das liegt ihm nicht. Und naja, der ist halt verletzt. Mal gucken, ob er überhaupt nochmal wieder ein Rennen ins Ziel bringt. Nach der Bekanntgabe vom Start beim Ironman Hamburg haben auch, oder habe ich zumindest, an der einen oder anderen Stelle gehört und auch gelesen, dass gesagt wurde, ja, für so einen Sieg in Hamburg wird es noch reichen, aber Nizza keine Chance. Ist schon witzig, wie schnell sich das ändern kann. Ja, und vor allen Dingen auch nach einem Frühjahr, was ja wirklich dann auch, in das er so ein bisschen reingestolpert ist. Wenn man an Ibiza denkt, ja, da ist er in einem absurd starken Feld letztendlich Vierter geworden, hat aber selber gesagt, er ist erst quasi seit ein paar Tagen überhaupt erst wieder so, dass er schmerzfrei laufen kann und war dann so, naja, was soll ich sagen, zufrieden war er nicht. Er war zufrieden, dass er die Ziellinie gesehen hat, wusste aber auch, erstens muss ich noch viel machen, zweitens habe ich noch einen Weg vor mir, zweitens habe ich andere, drittens habe ich andere Ziele. Dann kam der Ironman Hamburg, da wollte er natürlich schon einen raushauen und dann, ja, wir müssen nicht mehr ins Detail gehen, war es halt einfach für alle Profis, für alle Athleten, für alle Zuschauer ein Tag, an dem man wahrscheinlich keine, ja, keine absoluten Top-Leistungen bringen kann, wobei auch viele das aus sich rausgeholt haben, haben sehr gute Ergebnisse, haben wir da gesehen. Aber auch da hat er dann gesagt, danach, eigentlich war für ihn das Rennen schon beim Schwimmen eine Katastrophe, er hat sich richtig, richtig schlecht gefühlt im Wasser, konnte es auch nicht so richtig erklären, sah auch richtig schlecht aus danach, also wirklich klapprig auf den Beinen, hat dann natürlich alles durchgezogen, alle Interviews, alle Fanwünsche und so weiter, aber das hat, das war wirklich so... Da muss man aber fairerweise sagen, das ist natürlich ein Szenario, das kann dich bei jedem Rennen ereilen, er hat ja auch gesagt, das lag jetzt nicht irgendwie an der Vorbereitung, das sei nicht repräsentativ für seinen Fitnesszustand und wenn es aus welchen Gründen auch immer die Tagesform ist und du aufstehst und merkst, du kommst einfach nicht ins Rennen, es gelingt nicht, egal in welcher Disziplin, du findest deinen Rhythmus nicht, es fühlt sich alles nicht gut an, jeder kennt das wahrscheinlich, dann ist das einfach sowas, wo du da nicht mehr viel drauf reagieren kannst im Rennen, außer versuchen natürlich in der Vorbereitung alles zu geben und auch in der unmittelbaren Vorbereitung in den Tagen vorher alles richtig zu machen und wenn das am Ende dann dein Feedback ist, dann muss man halt sagen, niemand ist davor bewahrt, auch Jan Frodeno nicht, einfach mal so einen Tag zu erwischen. Ja, ist aber ganz, ganz blöd, wenn du nur noch zwei Rennen vor der Nase hast und weißt, dass dein Abschied nahe ist und du hast dann da eigentlich ein ganz anderes Zeichen setzen wollen an die Konkurrenz, aber das Zeichen ist dann ja letztendlich ihm noch geglückt und jetzt kann man natürlich ganz viel darüber diskutieren, ja eine PTO-Distanz, was hat die für Auswirkungen, ich finde persönlich, dass man das spürt, bei allen, die sich mit Triathlon beschäftigen, darüber reden, Podcasts machen, schreiben, auch die Profis, wie sie das jetzt endlich wahrnehmen, die gesehen haben, wie Jan Frodeno dieses Rennen in Milwaukee gewonnen hat, dass das wieder der Punkt war, wo alle sich wieder so erinnert haben, das ist ja Jan Frodeno. Weil es auch der typische Jan Frodeno war. Auch taktisch total beeindruckend, so kleine aufkommende Lücken auf dem Rad noch zufahren zu können, also überhaupt in der Lage zu sein, es war ja nun nicht so, dass die Gruppe die ganze Zeit Sekunde um Sekunde zusammen war, sondern da wirklich zwei oder dreimal man das im Livestream sehen konnte, also ich habe es natürlich nur im Livestream verfolgt, ich weiß jetzt nicht, wie das war, als Bilder noch vielleicht entstanden sind, die man jetzt nicht in Echtzeit rausgetragen hat, aber da konnte man schon sehen, dass eine Lücke aufgegangen ist, wo man sagen konnte, oh, die beiden vorne kommen weg und Jan Frodeno ist nicht dabei, wo man dann dachte, ja gut, also ist jetzt auch nicht mehr so weit bis T2, wenn die noch ein bisschen was rausfahren, dann lass es 30, 40 Sekunden werden. Aber ja, da hat er es dann tatsächlich noch geschafft, teilweise 10, 15 Sekunden nochmal zuzufahren, als die Lücke schon echt auf war. Und das auf jemanden wie Magnus Dittlöff oder auch Christian Blumfeld, das muss man erstmal hinkriegen. Und das natürlich auch in Intensitätsbereichen, wo Jan Frodeno selber sagen würde, Langdistanz liegt ihm besser. Also da auf der Mitteldistanz nochmal drauf zu gehen, das ist ihm immer schon schwerer gefallen. Jetzt sowieso noch. Deswegen, das fand ich von den taktischen Möglichkeiten, die er letztendlich dann doch auch hatte, am beeindruckendsten eigentlich an der ganzen Leistung. Ja, und letztendlich sind das ja Dinge, die er aber auch, ja, die er auch schon drin hatte. Also wir sind ja jetzt von den Zeiten dann nicht überrascht oder dass er auch einen Lauf dominieren kann und so weiter. Aber ich finde tatsächlich, und dann ist halt eben diese, dann ist es dann eben doch so, wenn dann eben Leute wie Magnus Dittlöff rausgehen müssen, wenn Christian Blumfeld Krämpfe kriegt, wenn es dann einfach für ganz viele gute Leute, die da ja vorne ohne Zweifel mit dabei waren, einfach, ja, keine Möglichkeiten gibt, ihn einzuholen, dann fand ich persönlich, habe ich dann in der Nacht vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, okay, das wird spannend für Nizza. Weil ich finde, das Spannende daran ist ja, natürlich reden wir jetzt hier über Langdistanz und wir reden auch nicht jetzt auf einmal darüber, es kann nur Jan Frodeno gewinnen und ansonsten hat niemand eine Chance, weit gefehlt. Aber es bringt ihn wieder, finde ich, in eine sehr spannende Position und wenn man mit Leuten redet, ist er auf einmal wieder der, auf den geguckt wird. Ja, ich würde auch sagen, es ist jedem klar, dass Jan Frodeno auf einer langen Distanz besser ist als auf einer Mitteldistanz und ja, deswegen meinte ich am Anfang auch schon, es ist ganz witzig, wie sich das jetzt umgedreht hat von, hat der überhaupt noch eine Chance zu, ja gut, also wer an einem normalen Tag ist, der fast nicht zu schlagen, so wie soll das Szenario aussehen? Also wenn der abliefert, was er kann, was er offensichtlich noch kann, dann wird das für alle, die hier an den Start gehen, echt schwierig. Und ich glaube halt auch, er ist im Triathlon so ein bisschen das beste Beispiel für die Gefahr von Routine. Ich war ja auch früher, als ich den Podcast noch regelmäßiger gemacht habe, immer schon Fan davon, so ein bisschen was aus der Läuferwelt rein zu transportieren und da ist das ein bisschen so über die Jahre ein Running Gag geworden und das repräsentiert halt absolute Weltklasse und wie Athleten ticken. Deswegen ist es ganz interessant, das auch zu übertragen. Laufen, 1500 Meter, Olympiasieger, Amerikaner, Matthew Centrowitz. Jahre verschrien gewesen danach, weil auch verletzt und so weiter, als jemand, der nie wieder eine Chance hat und der bekannt geworden über die Jahre ist auch dafür, dass der einfach immer abliefern konnte, wenn es drauf ankam. Aber ganz extrem, also noch viel unkonstanter als jetzt jemand wie Jan Frodeno, wirklich auch schlechte Zeiten, schlechte Rennen. Nur noch drei Monate Zeit gehabt bis zur Qualifikation für Weltmeisterschaften, Olympia und dann in den Trials Nummer eins gewesen. Und da muss man einfach sagen, Jan Frodeno war ja immer auch schon gut, die Rennen zu machen, wo er wusste, das ist Tag X, das sind diese zwei, drei Tage im Jahr, da konzentriere ich mich drauf, so viel Zeit habe ich noch, da zählt es und da konnte er ja auch immer abliefern. Das war ja seine Stärke, also von allen großen Namen ist er ja der Konstanteste gewesen, über alle Distanzen. Also guck dir einen Brownlee an, das ist natürlich das krasse Gegenbeispiel. Aber auch alle anderen Leuten, wo man sagt, gut, die sind so vom Namen her, von den Erfolgen, so von der Legacy auf einer Ebene, da ist es ja Jan Frodeno immer gelungen, unter Beweis zu stellen, dass schon einiges passieren muss, um Negativausreißer irgendwie ihm hinzuzufügen. Und im Zweifelsfall schafft er das vorher nur selber und geht nicht an den Start. Aber wenn er da ist, dann weiß er halt auch, was es braucht und dann kann er das auch eigentlich abliefern. Ich bin sehr gespannt, wie er damit umgehen wird, dass natürlich jetzt diese Komponente letztes Rennen, Abschied und so weiter noch dazu kommt. Bisher, glaube ich, konzentriert er sich ja immer so, habe ich ihn zumindest auf Ibiza kennengelernt, da hat er gesagt, er wird eher von außen immer wieder daran erinnert, für ihn selber. Er hat so viele Ziele und er ist eigentlich damit beschäftigt, sich jetzt quasi zu konzentrieren auf das, was er macht und damit ist er gut bedient. Aber es wird natürlich hier jetzt geballt kommen. Und ich bin wirklich gespannt, auch ob er vielleicht ein bisschen anders wird. Ich meine, Jan Frodeno war immer einer auf Hawaii, den man immer gesehen hat. Der hat dann zwar, den Status hat er immer und den hat er auch weiterhin. Der kann einladen, der kann sagen, kommt alle zu mir und stellt mir eure Fragen. Wir machen das gebündelt hier an einem Ort. Dann muss ich nicht reisen, dann kommt ihr zu mir. Und war dabei aber immer extrem locker. Hat sich immer für alle Zeit genommen. Jeder ist zum Zug gekommen, der sich da angemeldet hatte und so weiter. Das bin ich gespannt, ob das jetzt auch so ist. Oder ob wir vielleicht auch mal einen nervöseren Jan Frodeno sehen können. Ich habe das auf Ibiza nicht so erlebt. Ich habe ihn in Hamburg auch nicht so erlebt. Das einzige Mal, wo ich ihn so gesehen habe, war eigentlich 2016 in Rot. Als er das Wort Weltbestzeit nicht mehr hören konnte. Da war es so irgendwie so, jetzt reicht es auch langsam. Lass uns mal Rennen machen und dann gucken wir weiter. Ja, es geht halt um viel. Also für ihn auch selber, wenn er an der einen oder anderen Stelle schon mal hat fallen lassen. Das Letzte, was ihm eigentlich noch fehlt, ist ein Abschied mit einem WM-Titel. Und das wäre halt echt was Großes. Und das ist ihm natürlich auch klar. Und die Motivation, die er daraus gezogen hat, sicherlich über Monate jetzt, wird immens sein. Und dieser ganze Prozess im Training, in der Vorbereitung zu wissen, es ist echt das letzte Mal, macht glaube ich schon was mit dir. Das kann er uns dann nochmal erzählen, was genau das war. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass der Druck, den er da spürt und auch so ein bisschen diese Nostalgie von dem jetzt nochmal alles und dann nie wieder. Also das ist ja schon nochmal, Jan van Berghelt hat das letztens gesagt, dass im Training vor seinem letzten Rennen nochmal so dieses, ich kann jetzt ganz andere Dinge machen. Ich bin vom Mindset ganz anders aufgestellt, weil ich weiß, es ist alles das letzte Mal. Und das wird ja bei Jan Frodeno das Gleiche sein. Ja, er hat neulich mal gepostet irgendwie so, kann kaum glauben, dass das mein letztes Intervalltraining ist hier auf der Bahn. Ja, genau solche Sachen und wenn du im Rennen weißt, unmittelbar vor dem Rennen weißt, jetzt nochmal alles und dann war es das. Und vor allem diese Chance, es ist ja eine richtig große Chance. Also da jetzt nochmal nach Jahren der Pause und Verletzung und Corona mit 42 nicht auf Hawaii, sondern auf einer ganz anderen Strecke zu zeigen, ich kann mit einem WM-Titel abtreten. Ich kann das erreichen, wovon viele immer gesagt hätten, das wird nicht möglich sein. Und dann ja, alle irgendwie eines Besseren zu belehren, wäre natürlich einmal für ihn eine totale Märchengeschichte und ja, wäre irgendwie auch sehr, sehr beeindruckend. Lass uns über seine Konkurrenten reden, denn das wollen natürlich so viele ihm dann vielleicht auch alles Gute wünschen und sich vielleicht auch freuen, dass er weg ist, er gewann, weil sie ihm zwar zu seiner Karriere gratulieren, aber auch sagen können so, ja, jetzt sind wir dran. Wobei das natürlich immer an jedem selber liegt, er hat die Szene halt einfach durch seine Erfolge so dominiert, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, hier sind natürlich ganz viele, die, und das meinte ich vorhin am Anfang, auf jeden Fall das Potenzial haben, auch aktiv das Rennen zu gestalten und nicht nur zu sagen, irgendwie so, hoffentlich hat Jan Frodeno einen schlechten Tag, dann kann ich an ihm vorbeifahren. Lass uns über ein paar Namen reden. Lass uns vielleicht mit Patrick Lange anfangen, den wir heute getroffen haben. Video gibt es dann übrigens, Augen auf, auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider, da werden wir mit den Athleten-Interviews natürlich jetzt beginnen. Und ja, wie hast du ihn erlebt? Ja, also insgesamt muss ich sagen, so ausgeglichen und auch irgendwie routiniert, wie man das die letzten Jahre gesehen hat, wo man ja auch sagen muss, er war in seinen Rennen sehr, sehr konstant, extrem gute Leistungen, zweimal in Rot, in Israel immer abgeliefert. Die Routine ist da auch vor großen Rennen, das Wissen um die eigenen Fähigkeiten, so hat er sich dann letztendlich auch gezeigt. Und er hat es, glaube ich, auch ohne jetzt viel vorwegzunehmen, schätzt das natürlich so ein, wie, glaube ich, auch alle anderen, die sich damit ein bisschen auskennen. Es wird mit der Radstrecke stehen und fallen. Er ist vielleicht in der Lage, wenn die Konstellation so passt, er den Traumtag hat, seine Zeiten vom Marathon, die er geliefert hat in Israel und in Rot mit 2,30, ansatzweise hier auch nochmal zeigt und sei es dann auch eine 2,32, 33, dann kann der auch vielleicht einem Jan Froden nur vier, fünf Minuten abnehmen. Es ist halt eben nur die Frage, ob das reichen wird nach dem Radfahren und wenn man sich die Ergebnisse aus den Vorjahren anschaut, beginnt das eigentlich schon so ein bisschen beim Schwimmen, gerade nach der Verletzung letztes Jahr von Patrick Lange. Bei den großen Rennen ist das Niveau so, gerade das harte Anschwimmen und dann eben das nicht vorhandene Wissen über die Dynamik bei dem Kurs, legt es jemand drauf an, wer geht mit, wer übernimmt vorne die Verantwortung, das zu machen. Kann er da folgen oder kann er es nicht? Und da diese Kombination bis T2 war ja in den ganzen Jahren eigentlich für ihn bei vielen Rennen der entscheidende Faktor. Auf Hawaii dann mit noch längeren Aufholjagden, wo er einfach allen mindestens eine Liga voraus war und das dann noch gereicht hat für ganz vorne, wo man jetzt eben sagen muss, kann sich auf eine gewisse Art und Weise sicherlich wiederholen, aber er darf einige Leute einfach nicht so weit fahren lassen, wie es beispielsweise auch in Rot mal der Fall war. Wenn Magnus Ditlev dann eben auch seine Marathon-Fähigkeiten so zeigt, wie er es immer gemacht hat auf der langen Distanz, dann darf er nicht zwölf bis 15 Minuten rausfahren. Auch Patrick Lange, wenn er 2.30 Uhr läuft, kann nicht darauf setzen, dass Magnus Ditlev komplett einbricht oder dann eben auch die anderen Leute, die so sein Kaliber haben. Genau, weil dann nämlich auch andere Leute da sein können. Was ich so wahrgenommen habe, ist, dass er überhaupt nicht nervös wirkte, sehr fokussiert, dabei aber konzentriert auf den Punkt und auch sehr analysierend, sehr ehrlich, sehr offen, fand ich. Also er hätte auch jetzt ausweichend, also guckt euch das Video an, er hätte sich auch ja ausweichend antworten können auf Fragen nach Zeiten, nach Abständen und so weiter. Nach Jan Fodino. Genau, nach eigenen Fähigkeiten oder einfach sagen, ja so Fußballerantworten geben, man muss gucken, was am Renta ist möglich, ich werde das Beste geben und gucken, für was es am Ende reicht. Ja, genau, das hat er nicht gemacht, sondern ich habe so das Gefühl, der ist genau da, wo er sein will an diesem Punkt und er weiß, was er zu tun hat und natürlich muss er dann gucken, für was es reicht, aber er ist bereit dafür. Den Eindruck habe ich gewonnen. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen Sicherheit gibt, wenn man weiß, der eigene Rennverlauf ist eigentlich total vorgezeichnet und man kann sowieso nur das machen, was in der eigenen Macht steht und alles andere ergibt sich dann. Weil Patrick Lange war noch nie der Athlet, der wichtige Rennentscheidungen treffen musste, sozusagen. Der war immer darauf angewiesen, sein eigenes Ding durchzuziehen, dann gab es mal Jahre oder Rennen, wo in der Verfolgergruppe gesagt werden, nee, fahr du mal vor, da hat er sich auch dran gewöhnt, das hat er mehrfach gemacht, wo am Ende alle gesagt haben, ja krass, der hat echt gearbeitet und da haben wir echt Zeit auch gut gemacht und keine weitere verloren. Also er hat ja auf dem Rad einen großen Schritt gemacht, nur das wird halt hier das gleiche sein. Wenn Magnus Dittleff entweder von hinten kommt oder vorne rausfährt, dann steht er nicht vor der Entscheidung, fahre ich da mit. Und dann ist so, okay, ich muss jetzt das Beste aus meinen Fähigkeiten bei dieser Strecke machen und ich schaue am Ende, wo es bei rauskommt. Und das sieht bei anderen Leuten natürlich anders aus. Ich meine, guck dir den Sam Laidlow an, der hat so viel Power, dass der manchmal nicht weiß, damit umzugehen und macht sich sein ganzes Rennen kaputt. Und die große Stärke von Patrick Lange ist eben, dass er das gut einschätzen kann und dass er diese Gesamtkonstellation über die nächsten Stunden auch so einschätzt, dass am Ende auch wirklich das Beste dabei rumkommt, was für ihn an dem Tag drin ist. Lass uns mal über Sam Laidlow reden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn der hier gerade fast so ein bisschen untergeht in der ganzen Diskussion, der Vize-Weltmeister. Weil, ja, weil wir ihn in Rot zwar bärenstark gesehen haben, aber dann eben humpelnd über die Laufstrecke. Und es ist so ein Gefühl, ich habe irgendwie gerade das so, wenn es um ihn geht, heißt es ganz häufig immer so, ja, der hat das drauf, hier dabei zu sein, aber ja, wenn er es übertreibt, dann geht er hoch. Und damit ist irgendwie so die Diskussion raus. Ich frage mich halt, ob, also das frage ich mich natürlich auch, wie ist es, wie hat er seine Verletzung überstanden? Wie weit hat ihn das rausgeworfen? Gar nicht, weil die Verletzung ihn jetzt noch belastet, sondern weil ihm einfach das Training, der Ablauf, der geplant war, fehlt. Das wird halt spannend zu sehen. Und mit was für einem Selbstbewusstsein steht er hier am Start? Also, so wie er sich jetzt zuletzt gegeben hat, fand ich, dass das durchaus von Selbstzweifeln geprägt war. Und dass er auch ganz bewusst ja gesagt hat, sein Ziel ist es, die Erfolge zu zeigen und den Weg, den man eben nach oben gehen kann, auch innerhalb, also nicht innerhalb kürzester Zeit, weil der Junge macht, glaube ich, seit dem sechsten Lebensjahr Triathlon und das sind schon fast 20 Jahre, sondern so in der öffentlichen Wahrnehmung, dass du einfach die Konstellation, den Tag, dein Rennszenario brauchst, um es auf der großen Bühne einmal zu schaffen und dein Ausrufezeichen zu hinterlassen. Und das hat auch echt viel mit Selbstvertrauen zu tun, glaube ich. Also diese Entscheidung, wenn du es kannst, zu treffen und zu sagen, weil er war befreit letztes Jahr auf Hawaii. Ihm hätte es ja niemand übel genommen, wenn am Ende, der fährt seine vier Stunden vier und dann läuft er halt eine 2,58 und dann wird er Elfter. Dann hätten ja auch viele gesagt, ja, solides Rennen, hat sich was getraut. Und wenn der, weil der ist ja jetzt erst 24 oder 25, wo man sagen würde, krass, also wenn der sich in den nächsten drei Jahren beim Laufen noch richtig macht, dann wird es für die meisten echt schwierig, weil die Schwimmradkombination ist aktuell die beste, die wir auf der Distanz haben. Also wenn er fit ist, das haben wir auf Hawaii letztes Jahr ganz klar gesehen. Und deswegen diesen Faktor wird er halt aus zwei Gründen nicht haben. Einmal, weil die Leute zumindest noch trotz der Resultate auf ihn schielen und das wissen aus dem letzten Jahr und einfach, weil sein Mindset auch ein anderes ist. Du gehst anders an den Start, wenn du dieses Erfolgserlebnis schon mal gehabt hast. Daran misst du dich selber, daran willst du dich auch messen, daran willst du wachsen. Und ich glaube, das wird ihm schon zugesetzt haben, dass es eigentlich ein Kurs ist und ein Rennen, wo er nochmal einen draufsetzen könnte, vom direkten Vergleich zur Konkurrenz und eben die äußeren Umstände ihm es nicht ermöglicht haben, jetzt besser vorbereitet zu sein. Ja, also das glaube ich nämlich auch, dass das irgendwie, dass das, aber ja, aber sein Mindset ist, glaube ich, ist, glaube ich, geblieben. Also wir werden trotzdem jetzt keinen taktisch abwartenden Sam Laidlow sehen, weil das würde für ihn auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Einfach die von dir angesprochene Stärke, um die ausspielen zu können, musst du ja die anderen kitzeln. Du musst die ja zu unvernünftigen Sachen bringen. Die Frage ist nur, wie vernünftig er dann selber dabei ist oder ob er es dann übertreibt oder nicht. Das wird eine ganz spannende Konstellation, finde ich. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der quasi die Rücknummer hat, wo viele Athleten sagen würden so, ja, lass ihn machen und wir gucken, wir müssen jetzt tatsächlich auf uns gucken, wie du gerade gesagt hast, wie Patrick das letztendlich auch machen wird, weil das natürlich irgendwo das Risiko beinhaltet, dass man sich übernimmt, wenn man Sam Laidlow folgt. Und das Spannende ist halt, das wird bei Magnus Ditlev anders sein, nach seinen beiden dominanten Rotsiegen und auch nach Hawaii letztes Jahr mit Platz 8, trotz fünf Minuten Zeitstrafe und so weiter, da wird nur die Frage sein, wer kann. Also da will niemand, dass der zu weit weg fährt, aber das wird einfach für eigentlich alle nicht möglich sein. Also trotz seines Gewichts und seiner Größe hat er hier natürlich, wo es wirklich auf das Verhältnis oder Kraft-Last-Verhältnis ankommt, was zu Körpergewicht oder Systemgewicht, wenn du Rad noch damit zuzählst und alles, was da angebaut ist, dann ist das eben die Frage, an welchen Passagen, wie steil muss es sein, dass der andere gar nicht so viel Zeit verlieren. Und wie sehr reicht es einfach bei einem Magnus Ditlev mit einer Schwelle von schätzungsweise 420 Watt, werden das schon sein, auf vielleicht dann knapp 80 Kilo zu sagen, ich muss, ich will, ich mache. Und dann ist er halt erstmal weg und dann geht es nur noch um Schadensbegrenzung bis zum Laufen. Ja, auf jeden Fall, also Magnus Ditlev ist für mich einer auf jeden Fall, der eben dann auf jeden Fall beobachtet wird, aber auf den dann auch viele eventuell gucken werden, was so die Verfolgung, also das ist vielleicht der Athlet, für den es noch eher am ehesten noch dann aufs Schwimmen auch ankommt, weil wenn er nämlich, wenn er sehr gut aus dem Wasser kommt, wie wir es jetzt ja auch schon gesehen haben, dann hat er natürlich dann sofort die Chance, das Rennen dem schon früh diesen Stempel aufzudrücken. Dann fährt er bei den Spitzen ran und am ersten großen Anstieg weg und wenn er halt die zwei Minuten bekommt, dann braucht er den langen Anstieg erstmal überhaupt, um an die Spitze des Rennens zu kommen und dementsprechend schwieriger wird es natürlich auch viel Zeit am Ende noch rauszuholen. Genau, und dann sehen wir nämlich eben das, was in Rot passiert ist, dass er so ein Ding nämlich eben dann auch zu Ende bringen kann und nicht einbricht, auch wenn drohende Gefahr hinter ihm ist und das wird wirklich, wirklich das Ding. Also und ich meine, das ist der Junge 25, aber der ist auch einer, der sich nicht scheut vor dieser Verantwortung, das dann zu nehmen. Das ist auch die Chance, die Sam Ladlow natürlich hat, der vielleicht denkt, wenn wir vorne hart schwimmen, bin ich vor Magnus weg, vielleicht kann mir keiner folgen und der kommt irgendwann ran und dann sind wir zu zweit und man auch nicht mehr ganz alleine. Also ich glaube auch schon, dass Jan Frodeno auch, wo man sich sicher sein kann, der wird unter den ersten dreien wahrscheinlich aus dem Wasser kommen, der wird ein Interesse daran haben, dass Magnus Dittlev nicht sofort am Hinterrad ist und bei der ersten Spitze nach zehn Kilometern schon sagt, so das war's und wir sehen uns später bei dem Wendepunkt wieder. Das wird halt echt so eine total rennentscheidende Frage sein. Wie er agiert, wie er agieren kann und zu welchem Zeitpunkt er vielleicht die Entscheidung trifft. Und dann ist es eigentlich auch der, also wenn du Sam Ladlow jetzt mal mit reinnimmst, sind das ja realistisch betrachtet die einzigen, die auf die anderen direkten Sieg- oder Podiumskandidaten mehrere Minuten auf dem Rad wegkommen können, sodass man sagen kann, da erlebt man einen Rennverlauf, der so ist, die gehen auf die Laufstrecke und man muss einfach gucken, wie sich die Abstände verändern. Sondern ich glaube, sonst ist es keinem anderen Athleten zuzutrauen. Aber ich würde sagen, viel mehr gibt es dann da auch wahrscheinlich nicht mehr. Dann sind wir nämlich eben bei den potenziellen Verfolgern. Einer, der vielleicht noch weiter vorne mit dabei sein könnte, wäre Braden Curry, den darf man dabei nicht vergessen. Das hat ja auch St. George gezeigt, dass er da in dieser Gruppe nicht falsch aufgehoben war. Nee, das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall Fall einer. Und dann sind wir halt eben bei den vermutlichen Verfolgern. Und davon gibt es dann halt auch eine ganze Menge, die natürlich nichts an Taktik an den Tag legen können, außer nach dem Schwimmen jetzt aber mal ran an die Gruppe und dann ab dafür. Das ist ja sowieso die Frage, inwieweit wird es da eine Gruppe überhaupt geben und wie lange wird es die geben. Weil auch der Kurs ist natürlich nochmal anders als in St. George. Aber klar, irgendwie ein Braden Curry, jetzt ein Daniel Beckegard, hat gestern, glaube ich, erst vorgestern, gestern abgesagt. Der wäre natürlich auch ein absoluter Kandidat dafür gewesen. Und dann hast du eben auch von der Fraktion so ein bisschen ungewiss jemanden wie Clément Mignon, der hier gewonnen hat das Rennen, also den Ironman-Nitzer im Sommer, die Strecke deshalb kennt, letztes Jahr auch prompt beim Hawaii-Debüt unter den Top Ten gelandet ist, mehrfach gezeigt hat, dass er trotz seines Alters, der ist, glaube ich, auch erst 25 oder 26, auf der Langdistanz tendenziell eher besser ist als auf der Mitteldistanz aktuell und jemanden wie Leon Chevalier. Also für den wird das auch sicherlich mit dem Schwimmen stehen und fallen. Wenn der ein gutes Schwimmen erwischt, dann ist das auf jeden Fall jemand, der auf dem Podium landen kann. Da haben wir im Vorfeld schon viel drüber gewitzelt und irgendwie gesagt, wer ist der Franzose? Ja, irgendeine Franzose wird es sein. Ja, irgendein Fall. Dafür sind es auch einfach zu viele. Sieben Stück sind im Rennen. Und ja, viele sind, über Sam Leylo haben wir gesprochen, Leon Chevalier hast du jetzt genannt, Clément Mignon. Das sind natürlich, Denis Chivreau weiß man nicht, wie gut er auf dem Rad letztendlich ist. Wie er sich gefährlich beim Laufen anpirschen kann, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen, dass man davon nicht mehr überrascht sein darf. Ja, ich vermute tatsächlich, er wird der Franzose nicht sein, weil er zu schwach ist auf dem Rad. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass er eine Packung von 15 Minuten plus sogar bekommt, dann auf die ganz starken Leute vorne. Und das kann auch er dann nicht mehr zulaufen. Ja, Rudi von Berg als Teilzeit-Franzose. Ja. Muss man ja quasi noch hier mit in den Ring werfen. Der war zwischendurch länger verletzt. Da ist so ein bisschen die Frage, inwieweit kann da das Laufen am Ende auf dem Niveau konkurrenzfähig sein, selbst wenn er stark schwimmt und sehr gut über die Radstrecke kommt, was ihm echt zuzutrauen ist. Glaube ich, wird es am Ende nicht reichen für ein Podium. Aber wenn der den Tag erwischt und da seine Kenntnisse auch ausspielen kann, vielleicht jemand für die Top 5. Auf jeden Fall. Ich meine, wir können jetzt nicht mehr alle Namen durchgehen, das wollen wir auch gar nicht. Aber ich meine, einfach, um mal sie mal fallen gelassen zu haben, ist natürlich Peter Hemmerich, von dem wir wahnsinnig viel gesehen haben dieses Jahr, der in der Form seines Lebens zu sein scheint, weil er einfach es geschafft hat, seine alten Probleme hinter sich zu lassen und sich jetzt wieder voll konzentrieren kann, ist ein Name. Christian Hohenhau, Radrakete, aber wir werden sehen. Das sind so diese Namen. Viele denen am Start übrigens. Chris Lieferman hat aufhorchen lassen. Das sind so Namen, wo ich persönlich, die muss man natürlich alle im Hinterkopf haben. Und irgendeiner wird es natürlich auch sein am Ende, wo man sagt so, ja, guck mal, der hat es noch in die Top 5 geschafft. Aber da finde ich, da verdichtet es sich vorne. Aber ich meine, es sind genug Leute, die das spannend machen können. Ja, total. Und da muss man ja nichtsdestotrotz auch sagen, dass es total schade ist, dass es einige nicht an den Start geschafft haben. Also jetzt mal die, jedes Jahr. Genau, die Norweger natürlich ausgeklammert, die von Anfang an gesagt haben, sie werden dieses Jahr darauf verzichten. Egal jetzt, aus welchen Gründen das letztendlich entstanden ist. Aber das war ja eine langfristige Entscheidung. Die haben ja nicht kurzfristig abgesagt. Aber jetzt quasi die, die sonst noch sich angebahnt hätten, wo man viele Monate gehofft hat, dass da noch was kommt, wäre natürlich jemand gewesen wie Alistair Brownlee, der durch Verletzungsprobleme nicht da ist. Wie Javier Gomez, der vor der Ironman-WM in St. George total fit war, dann spontan absagen musste und danach nach einer Verletzung nicht mehr in Gang gekommen ist, wo man auch geguckt hat über den Sommer, kommt da noch was, kommt da ein Quali-Rennen. Und die Probleme sind ja auch längerfristig. Dann jetzt so kurzfristige Absagen von Daniel Beckegard auch. Das wären natürlich alles Leute, die man ganz vorne mit auf den Zettel hätte haben müssen. Jemand, der natürlich noch übrig bleibt sozusagen beim absoluten Favoritenkreis ist Joe Skipper, den wir jetzt vorhin auch schon mal haben fallen lassen, der auf Hawaii mehrfach gezeigt hat, dass man es auch ziemlich weit vorne schaffen kann, wenn man in der Gruppe rauskommt, die vier Minuten später vom Rad steigt. Und wenn man das auf Hawaii schafft und so Rad fährt wie er oder so Rad fahren kann, wie er es schon ganz oft gezeigt hat. Ja, verrückte Dinge schon abgezogen. Ja, also mit der Rad-Lauf-Kombination, auch damals den Marathon, bei Jan Frodenos Weltbestzeit 2016 schneller gelaufen als Jan Frodeno. Ja, wenn er das auspackt, dann muss man mal abwarten, wie sich das auf dem Rad entwickelt. Also da gibt es durchaus ein Rennszenario, wo er sogar gewinnen könnte. Da muss natürlich alles passen, aber das würde jetzt, glaube ich, nicht viele überraschen, wenn der am Ende das erste Mal bei einer Ironman-WM auf dem Treppchen steht. Ja, und hat so viel Erfahrung wie nicht viele in diesem Feld. Ich meine, Jan Frodeno und Patrick Lange sind die beiden einzigen mit Weltmeister-Ehren, die wir hier begrüßen können. Jan Frodeno fünf Finishes, Patrick Lange vier und Joe Skipper hat nämlich auch schon fünfmal gefinished bei der WM. Also da durchaus große Erfahrungen waren, große Erfahrungen, auch aufgrund seines Alters, auch muss man sagen, einer der ältesten Athleten und da würde ich gerne deine Einschätzung zu nochmal hören, ist Cameron Wolfe, 40 Jahre alt, fünf Finishes bei der Ironman-WM. Ja, ein Typ, den wir brauchen auf jeden Fall. Ja, wir reden immer über Radfahren. Wir lassen uns auch über den Radfahrer reden im Feld. Ja, es stimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Rolle spielt für die Top 5. Und das wird halt interessant, wie sehr, also gleiche Frage wie bei Sam Laidlow auch, wie sehr möchte er und kann erst darauf anlegen, beim Radfahren auf dem Radkurs nach ganz vorne zu kommen. und das wird sich erfahrungsgemäß auch aus dem Schwimmrückstand ergeben, der bei Cameron Wolfe erfahrungsgemäß auch sehr variabel sein kann. Absolut. Ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt sehr, sehr groß sein wird, aber er ist variabel, definitiv. Da gab es ja schon alles von zwei Minuten zur Spitzengruppe bis sechs Minuten und das ist natürlich total, total entscheidend, gerade auch im Hinblick darauf, zu welchem Zeitpunkt man dann welcher Attacke setzen kann. Also gleiches Spielchen wie bei Magnus Dittleff, im Zweifelsfall halt ein bisschen weiter dahinter, wird sich halt zeigen, ob das überhaupt möglich ist, gewisse Allianzen zu schließen. Also es wäre natürlich ein denkbares Traumduo, wenn Joe Skipper und Cameron Wolfe sich in Absprache da irgendwie nach vorne arbeiten. Kann natürlich trotzdem von Vorteil sein, aber ich traue ihm nicht zu, unter die Top 5 zu kommen. Also ich glaube, die Laufqualitäten hat er nicht und dafür wird er auch ein paar Minuten beim Schwimmen kriegen. Ja und ich meine, das ist natürlich einer, glaube ich, wo sich die, die von uns gehandelten Top-Favoriten auf jeden Fall auch dafür entscheiden würden, lass ihn abhauen. Da muss man nicht dranbleiben. Aber trotzdem finde ich sehr spannend, was dann eben so ein Kurs, was er daraus machen könnte, wenn er in die Chance, wenn er die Chance bekommt, an die Spitze zu fahren. Was macht er dann daraus? Wie groß wird der Abstand und was kann er dann beim Laufen noch machen? Es ist ja nicht, also er ist ja schon oft weit vorne vom Rad gestiegen. Also von daher, seine Vorbereitung war ja auch, also nicht jetzt irgendwie groß unterbrochen durch Radrennen, die er noch machen musste, machen wollte. Der hat es ja schon echt ernst genommen, wenn man bei Strava so guckt. Ja, ja, total das Go gekriegt. Viele, viele lange Läufe, schnelle lange Läufe, Bahneinheiten vor vier, fünf Wochen mit zwölf Kilometer Intervallumfang, wo er auch nochmal irgendwie intensivere Sachen gemacht hat, weil er weiß, Laufen wird auf jeden Fall die entscheidende Rolle spielen, wenn es um die Gesamtplatzierung geht am Ende. Also im Bereich seiner Möglichkeiten, denke ich, auch alles rausgeholt in der Vorbereitung. Und da wird es natürlich interessant, wenn er echt dieses Spielchen nochmal spielen kann, wie auf Hawaii. Ich steige als Erster vom Rad oder dann zusammen irgendwie mit zwei, drei anderen Leuten. Wäre natürlich kurios, aber seitdem es so Leute wie Magnus Dittler oder auch Sam Laidlow gibt, ist die Zeit, glaube ich, vorbei. Ja, weil ich weigere mich noch, ihn abzuschreiben. Ich fand es vor allen Dingen so interessant, dass er im Vorfeld gesagt hat, eben, er hat jetzt das Go von seinem Team als Radprofi einfach sich hier jetzt auch konzentriert. Aber was er nicht gemacht hat, ist, er hat nicht gesagt, okay, ich gebe jetzt alles aufs Schwimmen und ich gebe alles aufs Laufen. Sondern, dass er gesagt hat, so, nee, nee, ich bleibe beim Radfahren dran, weil das hier wird ein Radkurs. Und hier muss ich, da muss ich alles geben und da entscheidet sich für mich, wenn ich wettkommen kann, wie weit komme ich weg. Und ich finde das unheimlich bereichernd. Ich finde das einfach spannend für die Konstellation, weil er sich da einfach so durchbeißen muss. Und ich, also, auch wenn man sagt, irgendwie so, ja, Sam Laidlow hat ihm den Radrekord auf Hawaii abgenommen. Da hat er, das hat sich dann im Nachhinein gezeigt, Corona gehabt an dem Tag und war derbe beeinträchtigt. Und ich glaube, das hätte natürlich alles hinten raus beim Laufen wahrscheinlich nicht gereicht. Aber das, ich traue ihm, ich traue ihm was zu. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Vielleicht abschließend, wir haben jetzt über die Top-Favoriten und erweiterten Favoriten geredet, aber wir wissen ja erfahrungsgemäß aus Hawaii, es gibt eigentlich jedes Jahr jemanden, den man gar nicht auf dem Zettel hat. Sprich, über den wir jetzt eigentlich intuitiv gar nicht gesprochen haben. Da muss jetzt bei uns beiden nochmal jeweils ein Name fallen. Ah, ich weiß ja, wen du sagen willst. Oh Mann. Aber sag du mal. Fang du mal an. Gut, dann muss ich es ja, wen sage ich denn? Ja, du willst, dass ich es ausspreche. Du sagst Robert Wilke-Wiki. Ja, genau. Den, ja, Robert Wilke-Wiki oder Wiki, wie auch immer. Das ist halt echt jemand, der, glaube ich, wenn der sein Rennen zusammenkriegt, kommt halt vorne aus dem Wasser, ist auch schon auf den Radkursen vorne mitgefahren. Ist halt die Frage, inwiefern reichen Fähigkeiten zum Mitfahren auf diesem Kurs hier. Das weiß ich auch nicht, aber wenn der da gut rüberkommt, hat man auch jetzt bei so Rennen wie in Texas oder auch schon mal in Frankfurt gesehen, läuft der dann um die 2,45 hier, vielleicht drunter. Weil den hat ja wirklich, also den hat ja sonst niemand aufgerechnet. Der Name würde gar nicht fallen. Mich würde es jetzt nicht komplett wundern, wenn der am Ende sowas wie, also Fünfter wird, so um den Dreh. Wäre natürlich ein Riesenerfolg für ihn. Ist jetzt auch nicht total naheliegend, aber das wäre so mein Dark Horse. Ja, gut. Ich muss auch einen raushauen, hast du gesagt. Wir haben natürlich jetzt über viele Leute vorne gesprochen und ich werfe ihn einfach mal mit in den Raum, ohne das jetzt wirklich sagen zu können, zu was für Zeiten er imstande ist, aber Arthur auch so, der Trainingskumpel von Sam Laidlow und der sicher ja erst im Nachhinein letztendlich noch auf die Startliste gekommen ist. Hilf mir, Lanzarote hat er gewonnen. Genau, ja. Genau, es gab Querelen danach über die Annahme des Slots, ja, nein, war rechtzeitig da, hin und her. Fakt ist, er steht jetzt hier auf der Startliste und Fakt ist auch, wer Lanzarote gewinnt und da sich zeigen kann und zeigen kann, dass er stark genug ist, da die anderen in die Schranken zu weisen, der könnte auch hier eine Rolle spielen. Also den Namen nicht wundern, wenn er mal kommt, den könnte man auch schon mal gehört haben. Ja. Und dann lass uns einmal, wir müssen nämlich einen Deckel drauf machen, natürlich müssen wir nochmal einmal über die restlichen Deutschen sprechen, die noch auf der Startliste stehen. Ja, sind ja auch nicht so viele dieses Jahr. Ja. Und es sind andere Namen, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben, weil einfach viele Athleten, wie zum Beispiel Florian Angert oder Maurice Clavell sich nicht qualifiziert haben. Andi Dreitz. Andi Dreitz, Sebastian Kienl ist nicht mehr dabei, Nils Frommold hat aufgehört, alles Namen, die wir in der Vergangenheit immer diskutiert haben, da hat sich jetzt was getan. Aber ein Name, der auch schon lange dabei ist, ist Franz Löschke. Ja, und das wird natürlich interessant. Also zweiter Start bei einer Ironman-WM in Ironman Hawaii bei seinem Debüt nicht gefinisht und jetzt im Vorfeld als quasi Vorbelastung zwei Wochen vorher in Lacht hier bei der 73-WM eine Leistung gezeigt, wo er im Nachhinein selbst eigentlich ganz zufrieden mit war, wo man sagen muss, es war insofern durchwachsen, dass die Disziplinen nicht konstant waren. Also sehr, sehr starkes Radfahren, 333 Watt, unter zwei Stunden gefahren auf dem welligen Kurs, damit also auch für die absolute Spitze total konkurrenzfähig. Was die Werte angeht, was die Zeiten angeht, beim Schwimmen halt leider den Anschluss nicht gekriegt. Und wenn du da vorne dabei bist, dann hältst du halt auch die Spitzengruppe. Also das wird für ihn wahrscheinlich auch hier der Knackpunkt sein. Bist du vorne dabei, hast du andere Möglichkeiten, trotz des Kurses. Ist ja eigentlich kein schlechter Schwimmer. Genau, ist eigentlich kein schlechter Schwimmer. War halt beim Schwimmen zuletzt eigentlich nicht das, was man schon mal gesehen hat von ihm. Und dann in Lacht hier auf einem sehr anspruchsvollen Kurs eine 1,17 gelaufen, was solide ist, aber natürlich für weitere Platzierung vorne nicht reicht. Ich glaube, am Ende ist er gesamt 19. geworden. Hat aber danach auch gesagt, ist es quasi eine harte Vorbelastung oder Trainingseinheit sozusagen gewesen, die er mitnimmt aus der direkten Vorbereitung für Nizza. Ja, aber sonst auch jemand, der beim Laufen schon einiges gezeigt hat. Wo man auch sagen muss, erwischt der den Tag, kriegt er das alles auf den Punkt zusammen, dann ist Top 10 sicherlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber auch nicht ausgeschlossen. Ja, das hängt dann wirklich, müsste man jetzt wirklich seine Form 1 zu 1 kennen, wie gut ist er wirklich dann drauf. Aber, ja, hat auch schon gezeigt, dass er von hinten auflaufen kann, das kann er. Das war häufig seine Stärke. Wäre auch noch sehr, sehr gut, wenn wir dann schon diese... Laufen ist nämlich das Stichwort für die nächsten beiden. Laufen ist eine Überleitung, aber leiten wir übers Laufen um. Und jetzt kannst du dir fast aussuchen, wen du da zuerst nennen möchtest. Ja, fangen wir an mit Jonas Hoffmann, wenn wir schon bei denjenigen sind, die in Lachty gestartet sind, auch 73 WM gemacht, seine erste 73 WM, am Ende 13. geworden, wie man es von ihm kennt, mit einer sehr starken Laufzeit. 1,11 gelaufen auf dem Kurs, also die schnellste Zeit des Tages war auch nur eine Minute oder eine knappe Minute schneller. Und hat sich ja auch hier qualifiziert, auf dieser Strecke als Drittplatzierter in Nizza, also der kennt den Kurs, der weiß, was auf ihn zukommt, der konnte sich darauf einstellen und ist, glaube ich, in erster Linie total froh, einfach hier zu sein, dass es bei seinem allerersten Ironman mit einer Quali direkt geklappt hat, er jetzt einen direkten Vergleich hat und das einfach erleben darf. Ja, wo man sagen muss, wenn der seine Lauffähigkeiten auf der langen Distanz umgemünzt kriegt, ich glaube, hier auf dem Kurs ist er bei seinem Quali-Rendner 2,46 gelaufen, das wird von seiner Veranlagung her auf jeden Fall noch schneller gehen, also jemand, der vor 4, 5 Jahren schon eine ganz flache 30 auf 10 gelaufen ist, ursprünglich von der Kurzdistanz kommt und das dann auch echt gut ausgebaut hat auf die längeren Distanzen, 1,10 im Kraichgau gelaufen letztes Jahr als schnellster Läufer des Tages und ja, wenn er das in der direkten Vorbereitung jetzt noch besser vorbereitet hat, quasi auf die Distanz zu bringen und zu übertragen von Mittel auf Langdistanz, dann sicherlich auch jemand, der um die 2,40 laufen kann und wenn du dann gut über die Radstrecke kommst, weil da wird er auf jeden Fall Zeit verlieren, dann aber auch jemand, für den das ein schönes Rennen sein könnte, weil der dann echt viele noch beim Marathon einsammeln kann. Ja und das hat auch tatsächlich, also das hat er im Vorfeld von Lachti auch gesagt, er freut sich natürlich auf beide WMs und das auch für beide geklappt hat und so weiter, aber sein heimliches Augenmerk liegt auf Nizza und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Konstellation. Ja und dann der letzte im Grunde Leonard Arnold. Ja, den haben wir gestern schon getroffen, der hat auch ein bisschen erzählt, wie er den Kurs einschätzt, den Radkurs und was er insgesamt so zu seiner Vorbereitung sagt, wie er das Rennen einschätzt und ja, also gleicher Schlag würde ich sagen, in erster Linie Erfahrung sammeln, noch jung, Leonard Arnold glaube ich 28, Jonas Hoffmann glaube ich 26 oder 27 und ja, wenn die gesund bleiben, weiter dranbleiben, ihr Potenzial Jahr für Jahr auch abrufen, dann wird das nicht die letzte Ironman WM gewesen sein und dementsprechend, wenn du dich bei deinem allerersten, weil das trifft ja für beide zu, beide beim allerersten Ironman qualifiziert, erste WM, das erste Mal mit so einer Renndynamik konfrontiert, in der Qualität, da wird es sicherlich nicht darum gehen, vorne eine Rolle zu spielen, sondern zu schauen, ja, wie kann ich im Endeffekt danach näher rankommen, wo sind meine Baustellen, was brauche ich, um wirklich ganz vorne mitspielen zu können, aber dann eben durch seine Lauffähigkeiten auch jemand, der, wenn er das energetisch hinbekommt, gut paced auf der Fahrradstrecke, ein dankbares Rennen erleben kann, weil das viele Plätze sein könnten, die dann auch gut gemacht werden, also das war spannend. War einer von denen, die wir vom Balkon beobachtet haben, sah sehr gut aus. sehr, sehr guter Laufstil und auch sehr beeindruckende Zeiten, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er schon unter 30 Minuten auf 10 gelaufen ist, auf jeden Fall weiß ich, dass er knapp drüber mal gelaufen ist, durchaus ja auch auf den kurzen Strecken, jetzt letztes Jahr, glaube ich, bei den Finals konkurrenzfähig gewesen, irgendwo zwischen Platz 30 und 40 und wenn du da dich längerfristig auf Mittel- und Langdistanz vorbereitest und dann in der ersten Bundesliga bei so einer Top-Besetzung mittendrin bist, dann hast du da schon mal die Voraussetzungen, die, wenn du sie ausbaust, dich schon echt weit nach vorne bringen können. Simon, es war mir eine große Freude hier mit dir durch die Startliste zu marodieren und alle, die noch eine Wette abgeben wollen, die haben jetzt, glaube ich, reichlich Material bekommen, wie wir das so einschätzen. Unsere abschließenden Predictions, na, damit warten wir nochmal ein bisschen, da werden wir nochmal mit dem einen oder anderen Athleten sprechen, ihm nochmal in die Augen gucken und dann schauen, was das dann mit unserem Tippzettel macht, also den geben wir natürlich bei Nizza Daily ab, ganz zum Schluss, wenn wir alles gesehen und alles gefragt haben, wenn wir es alle nicht mehr erwarten können, dass der Startschuss endlich fällt. Bis dahin, ja, bleibt uns gewogen, guckt einfach auf YouTube Triathlon Insider, guckt vorbei, guckt auf trimark.de, da werden wir uns natürlich die ganze Woche alles, was noch über ist, mit Nizza beschäftigen und ja, damit machen wir einen Deckel auf die Folge, Simon. Ich habe mich gefreut dabei zu sein, ich bin sehr gespannt aufs Rennen und natürlich auch im Nachhinein dann zu beurteilen, wie viel Quatsch wir hier erzählt haben und was davon vielleicht eingetroffen ist. Das ist es immer und ja, da reden wir dann aber nicht mehr drüber. Und wenn, feiern wir uns für unsere guten Vorhersagen. Aber das dauert noch ein paar Tage und bis dahin sind wir raus. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.